Musik Geborgenheit und Ruhe im eigenen Zuhause sind ein Grundbedürfnis des Menschen. Moderne Fenster leisten dazu einen entscheidenden Beitrag. Durch das Wachstum unserer Städte und die Verdichtung des Wohnraums in lärmintensiven, urbanen Bereichen steigt die Anforderung an die Schalldämmung von Fenstern, um diesen Wunsch nach Ruhe gewährleisten zu können. Hier setzt die Entwicklung des modularen Produktkonzeptes des Hafen City Fensters von Gialan an. Es bietet eine maximale Schalldämmung von bis zu 63 bis 66 Dezibel im geschlossenen Zustand. Das Hafen City Fenster basiert auf einem Aluminiumzargensystem, das zwei Fensterelemente zu einem Verbundfenster kombiniert. Es arbeitet nach dem erprobten Wirkprinzip früherer Kastenfenster. Das Aluminiumzargenprogramm ist systemunabhängig. Das heißt, das äußere und innere Fenster kann nach Leistungsanforderungen und Ästhetik für ein Projekt frei kombiniert werden. Der Raum zwischen den Elementen wird durch hochwertige Aluminiumprofile farbneutral und sauber geschlossen. Unter den Abdeckprofilen verborgene Aufnahmekammern bieten zusätzlich die Möglichkeit, mit schallabsorbierenden Materialien die Schalldämm-Eigenschaften der Fenster weiter zu verbessern. Das Hafen City Fenster bietet neben maximaler Schalldämmung auch natürliche Lüftung durch die Kippfunktion mit integrierten Öffnungsflügeln in beiden Ebenen. Die durchdachte Kippfunktion des Gialan Hafen City Fensters schafft frische Luft bei geringer Lärmbelastung. Bei gekippten Fenstern erzielt das System eine Schalldämmung bis zu 34 Dezibel und erreicht damit Bestwerte bei der Zertifizierung. In der höchsten Ausbaustufe lässt sich das Kippen zukünftig auch automatisieren. So wird die Bedienung wesentlich erleichtert. Auch die Frage der Fensterreinigung ist intelligent gelöst. Sowohl das äußere als auch das innere Element lässt sich durch gewohnte Drehöffnung von der Raumseite her öffnen und schließen. So ist die Reinigung der Verbundfenster kein Problem. Mit der optionalen Kombination aus Gialan Kubus Profilen für das äußere Element und Gialan Lumax für die Innenseite lassen sich auch im Hafen City Fenster Konzept Schmeiß der Ansichtsbreiten realisieren. Das Gialan Hafen City Fenster vereint maximale Schalldämmung und natürliche Lüftung. Modulares systemunabhängiges Aluminiumzeigensystem. Fertigung zweischaliger Fensterelemente nach dem Prinzip von Kastenfenstern. Maximale Schalldämmung bis zu 66 Dezibel bei geschlossenem Fenster. Maximale Schalldämmung bis zu 34 Dezibel bei teilgeöffnetem Fenster. Automatische Fensteröffnung für leichte Bedienung wird zukünftig realisierbar. Fensterreinigung von innen durch gewohnte Drehöffnung möglich. Temperaturenigung ein Liebling Schallgerät Zentritt eng